Okay, können wir nochmal ein Zeichen der Bewährung? Schauen wir hier nochmal ganz kurz. Hier ist ja auch nichts mehr. Erstmal auf jeden Fall das Siegel und dazu noch ein Zeichen der Bewährung, Dämonienjäger. Okay, auf zum nächsten. 13.160 Auch die müssen wir wieder löschen. Uh, ein neuer Schrein. Alter Bonus beim EP von... Ich kann nur ein bisschen von Merkert. Okay. Nicht ganz so geil. Vielleicht wieder nachgespawnt die Dinger. Und die richtig viel Zeug bringen. Macht das Spiel Spaß auf jeden Fall. Also es hat gut Laune gemacht. Wir sind allerdings gleich durch. So. Wer bist du denn? Erstmal bin ich hungrig. Du hast also meinen Turm gefunden. In... Oh, oh, oh. Du weißt, dass du mir jetzt ein paar Items bringen musst, ja? Ach, du weißt, dass du mir jetzt ein paar Items bringen musst. Ehre dich... Wehre dich nicht. Ich habe eine spezielle Belohnung für dich. Das ist jetzt schriftlich immer erinnert. Das ist total dumm. Ich rede natürlich von meinem super tollen Magie-Rezept. Äh, Magie-Zepter. Fangen wir mit ein paar Glutblüten für meine Onkel-Tränke an. Kriegste. Glutblüten, wunderbar. Ich brauche noch ein paar Sachen, bevor ich dir mein super tolles Magie-Rezept da gebe. Ich weiß, dass du das super tolle Rezept da willst, ja? Wie wäre es dann mit ein paar Pigmenten für meine Magie-Schrifte rollen? 30 Grüne. Das ist ja nervig. Hups. Was auch noch? Das ist ein paar Glutblüten drin. Das ist ja faszinierend. Aber geil, ja, wiederbekommen. Würdest du das Spiel empfehlen? Ja. Für 20 Euro muss man das halt überlegen, aber es macht schon auf jeden Fall Laune. Was ist das denn? Ah ja. Ich glaube, ich habe mich jetzt selber gekillt. Oder selber angegriffen. Alles wird kaputt gemacht. Ich habe keinen Plan, was das Zeug macht. Was haben wir hier noch im Trank? Haltet doppelte EP, alte volle EP und Ausdauer bei einer neuen Stufe. Das Hosen gibt doppelte Eisen. Haltet sie eine Chance auf Kül... Äh, äh... Chance auf Vergift. Da geht das Haus nicht an. Ach, ich habe zu viel gelesen. Habe mich total verhaspelt. Was wollte ich jetzt noch machen? Aber hier... Glasfaser brauche ich immer noch. Ganz viel Glasfasern. Und dafür brauche ich... Ich habe es schon mal vergessen. Königskleidung. Und für Königster brauche ich ganz viele super tolle Edelsteinchen. Wir haben jetzt 13 Zeichen der Bewährung. Die Tränkern kannst du uns im Museum bringen. Traum habe ich jetzt benutzt. Ich will sie jetzt selber herstellen. Hier, Uhus. Grund ist Pigment. Da brauche ich noch Seetang. Und um Seetang zu bauen, brauche ich mehr Reusen. Kann man, glaube ich, sie bauen? Ja. Da kann man noch... Haben leider keine Beeren mehr. Können wir mal am Markt gucken, ob wir da irgendwas finden. Gras hier mal ab hier. 407 Münzen. So wenig ist es aber gar nicht auf Dauer. Ist das schon ziemlich viel, muss ich sagen. Dann 48 Sekunden refreshen die sich. Ich habe keine Brücke nach hier unten. Das ist mal voll nervig. Jetzt gibt es hier andere Bäume. Weil wir halt auf dem Wüstenbiom sind. So kann man sich auch recht easy XP-Farmen. Sag mal hier. Ich habe kein Problem, was das macht. So, drei Sekunden habe ich noch. Okay. Glas, Plastik. Neh mal mal ein Plastik mit. Große Schädel. Elektronik, nehm mal mit. Was haben wir noch schönes? Kekse brauchen wir nicht. Bomben habe ich selber genug. Brot. Das Dämon. Das Dämon. Das wollen wir benutzen. Achso, das ist die äh. Sterbt Schafe. Oh nein, die Kristalle haben die Schafe gesaved. Wie schlimm. Seht, ich habe auch noch am Markt. Ich habe letztens Live-Stream mitgeguckt. Ja, nice. Kannst du dir gerne das letzte Mal noch mal angucken, weil du Bock hast. Das sind nur irgendwie 28 Folgen bisher. Geht ja klar. Königskleine brauchen wir noch ein bisschen mehr. Dann können wir hier. Ne, Glasfaser brauchen wir noch. Mit der Königskleine können wir das Glasfaser herstellen. Drei Stück. Plastik braucht ich für Elektronik, ne. Genauso wie Königsstahl. Aber ich kenne Topaz. Ist ja schade. Wieso benutze ich die Zeichen? Welche Zeichen? Achso, weil ich damit warte, bis... Na, wir können ein paar Level aufsteigen. Weil später ist die Erfahrung so viel, dass man da, glaube ich, nicht wirklich rankommt. So, Elektronik will ich nicht geben. Mich zu geizig führen. Alchemie würde ich Tränke dann später machen. Wir brauchen halt ziemlich viele Level für die Tränke, ne? Wo war ich eigentlich gewesen? Und was sollte ich denn bringen? Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ah ja, die Pigmente. Die grünen Pigmente. Die brauche ich aber auch. Das darf ich mir doch nicht einfach wegnehmen. Guck mal, ich kann Schrift von bauen. Für grüne Pigmente. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das Dumme ist halt, die ganzen Orte sind ja mal voll mit irgendwelchen Krams. Ich habe hier nicht wirklich Platz, irgendwas zu bauen. Die merkt es auch immer so groß. Na, meine Waffe. Ist das mal eine Waffe gewesen? Was verschießt jetzt hier Gift? Das ist nicht meine Waffe, oder? Naja. Komm, verschießt er noch einmal Gift? Ich habe das von irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Ach so, das ist die Rolle gewesen. Ah, verstehe. Das ist meine Rolle. Ein Markt. Hier, die sind so riesig. Anders komme ich nicht mehr vorbei, weil... Toll. Super gemacht. Du brauchst die Lila-Pigmente. Glasfaser, nice. Müll. Müll. Und das nochmal hier für der Sterntrek. Vielleicht noch Weisheitsschluck. Ah ja. Ich mach mal wieder hier durch, wa? Hier haben wir ein bisschen Erfahrung mit. Wollen wir alles kaputt. Wir müssen von keine Laser nehmen. Uns wäre das nicht alles so voll hier. So. Das kann ein Laser schießen. Ich bin hungrig. Meine Dings sind so beschäftigt überall, dass ich gar keine Zeit habe, bei mir zu sein. Wo sind meine Droiden alle? Sind die alle tot? Wo sind meine Droiden? Das ist Rocky. Ah, da sind sie. Die sind irgendwo hängen geblieben beim Baum. Die sind tatsächlich am Baum hängen geblieben. Clever. Und die waren so überfordert gewesen, dass sie keinen Bock mehr hatten. Gut, 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 gut. Wir haben hier... Machen wir Roboter-Handschuhe, wa? Ne, hier, Roboter-Stiefel. Der ist schneller laufen. Das Dämonenschwert brauche ich Elektronik und Glasfrau. Oh, das Dämon-Amulett kann man machen. Da habe ich auch Elektronik für. Aber wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Wir brauchen noch... ...ein einziges Land. Und wir haben zwölf Schätze noch nicht gefunden. Gut, einiges wird sicherlich das Museum sein. Die ganzen... Die ganzen Dungeons. Wir haben es ja um 70% erhöht. Und 25% Angriffen auszuweichen. Und dann wird noch mein Amulett. Was mir mehr Ressourcen gibt. Android-Dämon-Amulett 125% mehr Ressourcen. Damit ist auch das erledigt. Dann haben wir jetzt noch die Roboter-Handschuhe, den Tycoon-Geldbeutel. Können wir auch machen. Mehr Glasfaser. Königs Stahl. Wurde die Glasfaser hergestellt. Richtig gar doof. Ambos. Weil hier die Näherei war. Ach, ne, Glasfaser ist da unten gewesen. Hier ist Königsleitung gewesen, was ich meinte. Glasfaser wird hier unten bei der Fabrik hergestellt. Hm. Fünf Stück. Neues Glasfaser. 25% mehr Wert der Tycoon-Geldbeutel. Damit ist es, glaube ich, auch das erledigt. Ja. Dann haben wir noch die Roboter-Handschuhe. Vier Elektronik. Zwei Glasfaser. Muss wieder aufhören aus der Renn, Tobi. Drei Minuten noch, bis die Merkte wieder was Neues haben. Wir haben immer noch das Dino-Ei nicht gefunden. Man könnte in das Dino-Ei liegen. Das ist doch bestimmt irgendwo hier im... im Toten-Bereich. Oh, da haben wir noch Plastik gehören. Loy. Königsstahl. Na, schöpft. Ja, ja. Man kann übrigens hier nicht, äh, nicht wirklich sterben. Ich hab schon gelesen, man gibt ein Achievement zehnmal zu sterben. Aber ich werde es natürlich nicht forcieren, hier zu sterben. Ah, bis ein Leben kann ich ruhig durchaus runter, wenn mir mein, äh, mein Essen sowieso Leben bringt. Ja, mal ein bisschen was futtern. Und sterbe ich hier tatsächlich noch? Das wäre ja doof. Da hab ich aber sowas von gar keine Lust drauf. Ich bin hungrig. Na, kann man ein bisschen was abgerasen. Können wir auf jeden Fall neue Edelsteinchen, kriegen wir einen neuen Sand. Vielleicht Elektronik-Teile, ich weiß gar nicht, ob es die hier auch gibt. Auf jeden Fall sehe ich hier sehr, sehr viel Plastik, was ich hier bekomme. 150 Plastik, ne, 100 neue Plastik. Können wir einen Dämonen, das ist kritisch, das zu machen. Aber wenn wir nämlich wirklich schlagen, dann bin ich durch tot. Oh, ich hab wieder volles Leben. Woher das denn? Wir checken das ja alles mal ab. Dann krieg ich die ganze Zeit Leben. Achso, wegen, wegen den Druiden, die die killen. Und dann hab ich irgendwie 30% Chance, um wir leben wieder zu kriegen. Das ist ja die Vampirflügel, die Skills. Wieso willst du nicht sterben? Mag ich nicht. Ich sterbe nicht. Ich bin ein guter Spieler. Ähm, ja, ne. Wir kriegen hier einfach mal 50 Milliarden Items. Gefällt mir das Spiel. Was ich ganz gerne haben möchte, sind natürlich die... Aber die gibt's kaum. Ich weiß nicht, wo man die kriegen soll. Ich mein, wenn ich hier alles abschaufle, dass wir das Dino-Ei bekommen. Das ist genauso wie in Stardew Valley. Die Chance, das Zeug zu kriegen, ist unendlich selten. Oder unendlich gering. Oh, ich krieg hier die ganze Zeit auch Leben wieder. Das ist natürlich auch mies, ne. Ich krieg Leben wieder, wenn die Gena killen. Und kann hier in Ruhe Zeug abfarmen. Wir können da gleich mal gucken. Ob wir... Kann ich das gedrückt halten eigentlich? Ah, kann ich aber. Das ist zu schnell. Wir können da eigentlich mal gucken, ob wir irgendwas im Dings haben. Im Tresor. Was wir im Dings abgeben müssen. Im Museum. So, haben die eigentlich noch die Items mittlerweile? Ja, haben sie. Dann schauen wir nochmal. Königsstahl nehme ich mit. Kaktieren, die Kaktusfrüchte nehmen wir auch mit. Kacke brauchen wir gerade nicht mehr. Jetzt kommt die Kacke, weil es der 250 Kacke. Oh, die Lattes Pigment nehme ich mit. Nachtschatten vielleicht auch, kann sein. Das muss man brauchen. Sammelwütiger... Gibt es das auf Mobile? Ne, neue Tufel. Tatsache. Machen wir da neue Tufel. Na. Hätte ich hier nicht graben dürfen. Ein Frostrelikt. Da haben wir eins. Eine Relikt, was sie abgeben müssen. Eins. Ich habe eins gefunden. Beim kompletten Durchlaufen meiner Welt. Naja, ich habe noch ein Land fehlt, glaube ich, noch. Ne. Brauchen wir wieder ein paar Gegner. Damit ich hier konsequent, äh, schaufeln kann. Oder zu den Dämonen. Komm, gib mir Leben. Danke sehr. Hundertfünfzehn Rubine. Ja. So macht das Farm noch Spaß, ne. Gibt ja leider keinen Knopf, um die gesamte Welt einmal abzugrasen. Und alle Items mitzunehmen. Wie geht's, Uschi? Boah, keine Ahnung. Die, die hängt ab. Immer noch, glaube ich. Ich glaube, die sind ein bisschen traurig, dass wir schon lange nicht mehr bei ihr waren. Ich habe in den anderen Märkten noch nicht geschaut. Gut. Da ist die Uschi. Ne, ist er nicht. Da ist nur der Ort von Uschi. Eine Stufe. Eine neue Stufe. Gut, was sind wir dafür? Ich glaube, wir müssen Magie weitermachen, ne? Lehrlingstränke.